Schallömmchen, Schallömmchen. Ich habe mal vor irgendwie so 4-5 Jahren bei JASMR so ein Video gesehen, wo die ganz normal ASMR gemacht hat und das dann in der Nachbearbeitung auf zweimal Geschwindigkeit gemacht hat. Und ich fand das damals schon ziemlich cool und ich habe mich jetzt daran wieder erinnert und dachte mir, ich habe darauf richtig Bock und deswegen, ja, mache ich das jetzt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach an. Ich habe hier so eine random Auswahl an Triggern. Okay. Das war's für heute. 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 Yeah.